Hopfen ist für mich Heimat, Arbeit und in einer gewissen Form Lebenselixier. Qualitativ hochwertige Hopfen können wir anbauen, nur wenn einige Faktoren stimmen. Man braucht gewisse Fachleute einfach an der Hand. Man lernt nie aus, es gibt jedes Jahr irgendwelche neue Probleme. Da braucht man einfach Personen, wo man Vertrauen kann, wo die einfach weiterbringen und wird. Deshalb sind wir bei der BAIBA. Wir bieten alles aus einer Hand. Das heißt, wir begleiten die Landwirte das ganze Jahr über. Die Produktion wäre in der Form so gar nicht denkbar. Der Landwirt bekommt alles, was er für die Hopfenproduktion benötigt. Und am Schluss sind wir natürlich auch ein langjähriger und zuverlässiger Abnehmer und Vermarkter für seinen Hopfen. Der Landwirt kann sich also auf uns verlassen und er dankt es uns natürlich dann mit einer guten Ordnung und mit einer sehr guten Qualität. Der Hopfen wird zwar nur in kleiner Menge ins Bier gegeben, der ist in Anführungszeichen nur ein Gewürz. Aber gerade das macht es ja beim Bier aus. Deswegen legen die Brauer allergrößten Wert auf sehr hohe Qualität beim Hopfen. Balber Hopfen fängt an mit unserer sehr engen Verbindung zu unseren Landwirten und zu unseren Lieferanten. Wir versuchen schon ganz am Anfang von der Wertschöpfungskette die Qualität sicherzustellen, dass letztendlich der Rohhopfen, der bei uns hier in Tettnang ankommt, einfach schon sehr hohe Qualität hat und dann durch den Verarbeitungsprozess stark kontrolliert wird, stark monitort wird. Wir stellen sicher, dass auf der ganzen Welt gutes Bier gebraut und getrunken wird. Wir sind das grüne Herz im Bier. Dat rungen. Natürlich. Dass ich mich auch selbst Repliet bekomme.